Ladies and Gentlemen, heute wird es wieder mal besonders gruselig, denn wie ihr es bereits an meinem Handy sehen könnt, ist es wieder mal 3 Uhr Nacht. Und wir werden uns gleich um diese Uhrzeit einem neuen Roblox-Monster widmen, welches gerade im Internet die Runden macht. Und zwar handelt es sich hierbei um das Monster John Pork. Und wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei einfach mal um ein Schwein. Also mehr oder weniger um ein Schweinemensch, Freunde. Denn John Pork ist irgendwie so eine Mischung aus beiden und das ergibt dann irgendwie so eine Art Schweinemensch. Nur das Problem an diesem Monster ist, dass es sich jede Nacht um Punkt 3 Uhr anruft. Und solltest du nicht ans Telefon gehen, werden ganz schlimme Dinge passieren. Und passend dazu gibt es ein neues Roblox-Spiel, welches wir heute spielen werden. Deshalb bleibt wie immer bis zum Ende dran. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge Roblox! So Leute, wir sind jetzt endlich im Spiel angekommen. Und ihr könnt es vielleicht schon im Hintergrund lesen, denn da steht, John Pork is calling. Also übersetzt, John Pork ruft an. Aber ich denke, ihr könnt es schon an der Musik und auch an dem Hintergrund hören. Es wird sehr, sehr gruselig. Ihr seht auch, by the way, so ein Bild da gerade an der Wand. Das ist, by the way, John Pork. Also so sieht er aus. Ich weiß, auf den ersten Blick gar nicht so gruselig. Aber wartet ab, denn das Ganze hat es wirklich extremst in sich. Ich würde sagen, wir drücken auf spielen und schauen mal, was passiert. Okay, wir haben das Spiel gestartet, Leute. Wir wachen hier irgendwie im Bett auf und mein Telefon klingelt. John Pork ruft an, Freunde. Ihr seht es hier an meinem Handy, Leute. Es ist Punkt 3 Uhr und er ruft einfach wirklich an. Ihr seht es. Ich sage euch ehrlich, ich getraue mich aber nicht, ranzugehen. Nur die Geschichte besagt, sobald man den Anruf ablehnt, passieren schlimme Dinge. Aber Leute, ich sage euch ehrlich, ich glaube dem Ganzen nicht. Deswegen legen wir einfach auf. Hä? Jetzt hat er mir eine Nachricht geschrieben, Leute. Schaut mal. Wo bist du? Ey, Leute, ich warte mein Handy zu. Ich will damit gar nichts mehr zu tun haben. Sondern wir gucken lieber mal, wo wir hier gelandet sind. Denn ihr seht, wir sind irgendwie in so einem komischen Raum. Da ist ein Bett. Hier sind so ganz viele Bücherregale. Da vorne ist ein Computer. Ihr seht, wir können hier auch ganz normal rumlaufen und uns hier ein bisschen umschauen. Warte mal, was ist das? Nehmen. Eine Fernbedienung, Leute. Keine Ahnung, was wir damit machen können. Aber ich glaube, die werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Äh. Hallo? Was ist das? Ich höre irgendwas. Ich komme zu dir. Warte mal. Wie? Leute? John Purk schickt mir eine Nachricht mit. Nimm das Telefon. Freunde? Heißt das, John Purk ist hier? Ich weiß nicht. Ich getraue mich irgendwie nicht, hier rumzulaufen. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Da war irgendwas. Ah! Der, der Schrank klappert. Äh. Hallo? Freunde, was passiert hier? Verstecken? Wie? Wo war's? Ah! John Purk! Ah! Ah! Wartet mal. Leute. Es beginnt wieder von vorne. Freunde. Ich hab's euch gesagt. Spielt nicht dieses Spiel um 3 Uhr nachts. Ich geh da nicht mehr ran. John Purk! Ich werd nicht mit dir reden. Verschwinde! Ich werd all deine Knochen brechen. Nein, gar nichts wirst du! Okay, Leute. Wir haben auch weiter weg. Oben rechts gerade eine Aufgabe bekommen. Und zwar stand da, wir sollen irgendwie eine Aufgabenliste finden. Anscheinend sollen wir hier irgendwelche Aufgaben machen. Nur das Ding ist, ihr habt es eben gesehen. Auf einmal kam einfach John Purk um die Ecke gelaufen und hat nicht aufgegessen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall... Warte mal. Was war das? Ich werd dein Haus niederbrennen. Leute, das Spiel ist nicht mehr normal. Und ich hör auch schon wieder irgendwas, Leute. Doch, ich glaub, ich weiß jetzt, wie wir es verhindern können, dass John Purk uns auf ist. Und zwar, Leute... Kommt das Geräusch wieder aus der Garage. Und das Ding ist, ihr habt eben gesehen, dass sich immer irgendwelche Teile bewegen. Zum Beispiel versucht John Purk gerade die Garage zu öffnen. Das müssen wir verhindern. Oh mein Gott. Leute, wir können verhindern, dass John Purk ins Haus reinkommt. Solange wir schauen, dass die Fenster und alles andere immer schön unten ist. Warte mal, da... Macht schon wieder irgendjemand Geräusche? Was ist das? Das Schwein sagt irgendwas die ganze Zeit, Leute. Aber irgendwas kommt auch von diesem Schrank. Wir machen den Schrank einfach zu, Freunde. Und ich hab auch schon wieder irgendeine Nachricht bekommen. Was? Er hat ein Bild geschickt? Ich werde dein Haus niederbrennen. Du Kleiner! Er hat mir ein Bild von sich geschickt. Oh Mann, Leute. Ich mach das Handy lieber zu. Und der Schrank hier wackelt schon wieder. Ey Leute, ich glaub, wir kümmern uns jetzt erstmal um die Aufgabenliste. Und zwar hieß es ja am Anfang, dass wir irgendeine Liste in der Küche finden sollen. Das heißt, wir... Guck mal, ist das hier die Küche? Da ist irgend ein Bild von ihm? Ich glaub, das ist die Küche. Morgsmasch Essen, Leute. Ich glaub, das war vergiftet. Warum bekomm ich Schaden? John Pork, du hast die Cornflakes vergiftet. Guck, oben rechts, ich krieg Schaden. John Pork, was hast du mit mir gemacht? Er hat das Essen vergiftet. Ich brauch irgendwas. Hier, da ist die Aufgabenliste, die wir brauchen, Freunde. Die brauchen wir. Aber wir... Wir sind gestorben. Und wir wachen jetzt wieder im Bett auf, Freunde. Ihr seht, es ist wie ein Albtraum. Es beginnt immer wieder von vorne. Aber jetzt wissen wir schon mal, dass wir nicht diese Cornflakes essen dürfen, weil John Pork hier einfach vergiftet hat. Aber okay, wir wissen, hier war die Küche, Freunde. Und da vorne war auch diese Liste, die wir holen sollen. Ich glaub, wir können die sogar abmachen. Okay, da steht jetzt, ich muss viele Aufgaben erledigen. Wir schauen mal. Oh Leute, ich glaub, wir haben jetzt quasi so eine Aufgabenliste voller Aufgaben, die wir erfüllen müssen, ehe wir hier aus diesem Haus ausbrechen können. Zum Beispiel, finde meine verlorene Brieftasche, Wäsche waschen, schmutziges Geschirr waschen, fege den Boden, gießen sie alle Pflanzen, mache ein Erdnussbutter-Gelaisbrot. Okay, Leute, ich würd sagen, wir gucken mal, ob wir irgendwelche Aufgaben davon machen können. Warte mal. War das gerade John Pork? Da bewegt sich irgendwas. Irgendwas kommt durch den Schoenstein. Hallo? John Pork sitzt vor der Tür. Ich glaub, wir pusten den Kamin. John Pork hat gerade versucht, durch den Kamin zu kommen, Leute. Und er läuft da draußen, seht ihr ihn? Er versucht, irgendwie einen Weg hier reinzufinden. Wir machen jetzt diese Aufgaben. Okay, können wir jetzt... Egal. Okay, können wir hier das Geschirr waschen? Ihr seht, es funktioniert. Wir können die ersten Aufgaben machen, Freunde. Warte mal. Was ist das? Hallo? Äh. Leute, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Das Haus ist verflucht. John Pork versucht wirklich, auf die komischsten Wege hier reinzukommen. Aber ihr habt gesehen, was am Anfang passiert ist. Deswegen, wir werden es nicht zulassen, dass John Pork ein weiteres Mal hier reinkommt. Wir machen jetzt hier die Aufgaben. Ihr seht, wir müssen jetzt hier erstmal schmutziges Geschirr waschen. Das müssen wir noch dreimal machen. Dann haben wir die erste Aufgabe erledigt. Okay, noch zweimal. Ah! Ah! Oh, und ihr seht es. John Pork läuft die ganze Zeit um das Haus. Okay. Noch ein letztes Mal. Okay, Leute. Ihr seht es. Wir haben die erste Aufgabe. Nur John Pork hat wieder ein Bild geschickt. Er grinst wieder, aber das sieht irgendwie guseliger aus als vorher. Und ich glaube, John Pork versucht auch schon wieder durch die Garage reinzukommen. Leute, John Pork versucht das Garagentor zu öffnen. Oh mein Gott. Ey, Leute, das ist nicht mehr normal. John Pork, der Schweinemensch, ist absolut geisteskrank, Leute. Aber okay. Nächste Aufgabe. Fege den Boden. Wir gucken mal. Also brauchen wir... Seht ihr das auch? John Pork klebt an meiner Wand. Warte, irgendwas macht Geräusche. Der Kühlschrank geht wieder auf. Okay. Wir brauchen einen Base, Leute. Hier steht einer. Ich glaube, damit können wir jetzt den Boden fegen. Hier. Schaut. Wir wischen jetzt hier den Boden. Das ist die nächste Aufgabe. Das heißt, wir machen das einfach mal. Okay, noch sechs haben wir übrig, Leute. Anscheinend müssen wir sehr, sehr oft den Boden putzen, ne? Aber egal, wir machen das einfach. Okay, hier ist sauber. Fünf übrig. Okay, hier ist auch ein bisschen dreckig, Leute. Das heißt, hier putzen wir lieber auf. Bevor... Schaltet den Generator im Chat ein? Warum ist das Licht aus? Und irgendwas tut sich... Ausschalten. Was passiert hier? Hallo? Er versucht hier reinzukommen. Mach diesen Fernseher aus. Es geht nicht. John Pork found dead at his house. Er soll angeblich... Leute, was passiert hier? Was ist das? Okay, wir müssen irgendwie das Licht anschalten. Über ein Generator oder so etwas, Leute. Wir haben, by the way, hier gerade eine Taschenlampe gefunden, ne? Die können wir anschalten. Das heißt, wir sehen schon mal... Ein bisschen mehr. Hör, was passiert hier? Okay, Freunde. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir dieses Generator wieder angeschaltet bekommen, weil ihr seht, hier ist stockdunkel. Warte mal, wo geht's hier lang? Hier ist das Badezimmer. Und dieses Schwein ist die ganze Zeit hier. Wo ging's hier hin? John Pork! Ey, er versucht die ganze Zeit hier einzubrechen. Okay, wartet mal. Wie kommen wir zu diesem Generator, Leute? Hier vielleicht? Hier geht's nach draußen. Meint ihr, wir können... Okay, wartet, wir müssen nur echt schnell machen, weil es kann sein, dass John Pork sonst ins... Er war direkt vor uns. Aber wir müssen da hin, Leute. Wir müssen diesen Generator irgendwie anschalten. Er kommt! Er kommt! Er kommt! Schnell das Licht ausmachen. Hey, ich kann das nicht mehr, Leute! Ich werd all deine Knochen brechen. Gar nix wirst du, John Pork! Okay, wir müssen jetzt nochmal raus, Freunde. Um da irgendwie das Licht anzuschalten. Hier geht's rein, wartet mal. Nein, wir brauchen einen Schlüssel, Freunde. Wir brauchen einen Schlüssel! Den müssen wir irgendwo im Haus finden. Das heißt, wir müssen zurück... Verstecken! Ich glaub, John Pork kommt! Leute, ich hab grad so Angst. Ihr glaubt mir das gar nicht. Ich laufe! Ich komme zu dir! Bitte nicht, John Pork! Freunde, was ist, wenn er jeden Moment hier reinkommt? Er war gerade hier im Raum. Habt ihr das gesehen, Freunde? Ich glaub, er ist weg. Oder? Er ist im Haus, Freunde! Er ist im Haus! Wir müssen... Wir müssen irgendwie das Licht angeschalten bekommen, Freunde. Wir müssen einen Schlüssel finden, um in diesen Gartenschuppen reinzukommen, um den Generator wieder anzuschalten. Wir müssen irgendwo einen Schlüssel finden. Wir machen die Tür zu. Die Frage ist nur, wo finden wir einen Schlüssel? Vielleicht im Bad irgendwo hier, Leute? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute, tut mir eingefallen. Spielt nicht dieses Spiel um 3 Uhr nachts! Macht es nicht! Okay, Leute, ich werde jetzt noch ein allerletztes Mal probieren, hier auszubrechen. Okay, er hat mir wieder eine Nachricht geschrieben. Ich werde dich auseinanderreißen. Egal, Leute. Wir wissen jetzt schon mal, was wir machen müssen. Aufgabenliste finden. Die finden wir in der Küche, Leute. Das Ding ist, wir müssen zwar jetzt nochmal von vorne anfangen, aber wir wissen jetzt schon mal, was wir machen müssen. Wir nehmen die Aufgabenliste. Ansonsten, guck mal, hier können wir auch die Schränke aufmachen. Oh mein Gott! Okay, warte mal, die Frage ist nur... Ist hier irgendwas? Nee. Wir müssen halt diesen Schlüssel finden, Freunde. Kann man hier reingucken? Hier ist auch nix. Cornflakes waren vergiftet, das wissen wir. Okay, wir gucken schon mal, Leute, ob wir diesen Schlüssel finden. Oh, oh. Leute, ich glaube, John Porg versucht wieder, über die Garage reinzukommen. Nein, über das Fenster. Egal, wir schließen das Fenster. Sehr gut. Okay, wir haben die Taschenlampe schon mal wieder. Das ist sehr gut. Er hat mir eine Nachricht geschrieben. Ich komme zu dir. Ich kann das nicht mehr. Leute, wir müssen die Augen offen halten. Wir brauchen als aller Er... Warte mal. Leute. Kann man hier rein? Hier ist irgendwas. Aber okay, merkwürdig. Was ist das? Wo geht es hier hin? Oh. Es geht nach draußen, Freunde. Ist hier irgendwas? Egal, wir machen die das mal wieder zu, Freunde. Hier ist noch irgendwas. Wir haben den Schlüssel. Freunde, wir haben den Schlüssel endlich. Sehr gut. Er lag da einfach auf diesem Stuhl da. Ihr seht es. Sehr gut, Leute. Wir sind ein Stück weiter. Wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir können eigentlich dann in den Schuppen rein, um den Generator wieder anzuschalten. Okay, warte mal. Er hat mir... ...eine Nachricht geschrieben. Nimm das Telefon? Mittlerweile schickt er mir ein Foto in Schwarz-Weiß. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Leute. Aber egal. Wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt die nächsten... ...Aufgaben machen. Okay. Was müssen wir noch machen, Freunde? Gießen Sie alle Pflanzen. Ich nehme mal an, dafür brauchen wir eine Gießkanne oder sowas wahrscheinlich. Was ist das hier? Hier ist Geld, Freunde. Finde meine verlorene Brieftasche. Das war auch eine Aufgabe. Die haben wir auch direkt gelöst. Sehr gut, Freunde. Was ist das? Was? Da war auch irgendwas drin, Freunde. Okay. Was auch immer das war, Leute. Wir gucken weiter. Finden wir noch irgendwas hier im Badezimmer? Nee. Okay. Okay. Der Fernseher ist wieder angegangen. Und. Irgendwas. Okay, Freunde. Ihr seht, es ist wieder passiert. Es ist aber gar nicht schlimm, weil wir haben den Schlüssel. Okay. Schrank ist zu. Wir müssen jetzt irgendwie raus, Freunde. In der Hoffnung, dass John Purk jetzt hier nicht gelaufen kommt. Okay, Leute. Wir sind draußen. Okay. Kippe dieser Schuppen, Leute. Wir haben den Schlüssel. Und. Ja. Let's go. Wir sind im Schuppen drin, Freunde. Lol. Was macht denn der Schwimmel, die Dobtyp da an der Wand? Aber okay, Leute. Hier müssten wir eigentlich den Generator wieder anschalten können. Und. Es geht. Leute, wir haben wieder Licht gemacht. Sehr gut. Und hier ist sogar eine Gießkanne, Leute. Für die nächste Aufgabe. Und zwar gießen sie alle Pflanzen. Sehr gut. Wir gucken mal. John Purk hat zwar wieder geschrieben. Ich komme zu dir. Aber wir ignorieren das ein. Ach, er hat ein Bild geschickt. Egal. Leute, wir ignorieren das Bild. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Aber ich glaube, wir können jetzt hier endlich die ganzen Pflanzen gießen, Leute. Verstecken? Verstecken? Nein. Das ist kein gutes Zeichen, dass wir uns verstecken sollen. Das bedeutet, John Purk ist ins Haus eingebrochen. Er steht da vorne an meinem Fenster. John Purk, verschwinde! Was macht er an meinem Fenster? Hallo? John? Meint ihr, wir können ihn irgendwie schlagen? Oder vielleicht... Abmurksen? Meint ihr, wir können ihm eins mit der Taschenlampe über den Kopf hauen? Hallo? John? Er ist weg. Was? Was macht er auf einmal hier? Hallo? John? Uh, ja, ja. Fest! Fest!